Ich finde, diese Kleinmalerei unter den Umständen und Lichtverhältnissen früher ist etwas Besonderes in ihrer Feinheit und Technik. Wir haben aus Anlass des 100. Geburtstages der Sammlerin Lieselotte Tensey hier im Ausstellungsraum eine besondere kleine Vitrine eingerichtet mit ihrem Lieblingsstück. Das ist eine Miniatur von Matisse und die Miniatur zeigt drei Generationen, drei Frauen, von denen zwei tatsächlich zu sehen sind und die dritte in einem Miniaturbildnis selbst. Eine Mutter mit einer Tochter und die Tochter trägt eben das Bildnis der offenbar verstorbenen Großmutter in den Händen. Und gerade dieses Thema der Generationen um spannenden, umfassenden Liebe war etwas, was Tensey sehr am Herzen lag. Und mit dieser besonderen Vitrine wollen wir einerseits auf dieses Ereignis hinweisen, andererseits aber auch unsere Dankbarkeit gegenüber der Förderin noch einmal zum Ausdruck bringen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020